Was geht ab, lieber Tennis-Freund? Du bist wieder bei mein-tennis-game.de und wie mein Name ist, das weißt du mittlerweile und ich freue mich extrem darüber, dass du das weißt, denn das heißt, dass du diesen Kanal hier in den letzten sechs Monaten aktiv verfolgt hast und dass du dich aktiv mit dem Thema Tennis online lernen, Tennis lernen generell beschäftigt hast. Und das freut mich sehr, denn wie du vielleicht mitgekriegt hast, Tennis ist für mich eine Leidenschaft und tatsächlich auch eine Berufung. Ich liebe es, selber Tennis zu spielen und ich liebe es, diesen Tennis-Sport weiterzugeben, sowohl den Kleinsten als auch den Ältesten oder den Älteren und es macht mir einfach eine riesengroße Freude, diese Videos, diesen Content für dich zu produzieren und das Feedback ist grandios. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, so viel Zuspruch, so viel Lob, aber auch konstruktive Kritik, worüber ich mich auch immer extrem freue und es ist einfach eine ganz tolle Community in diesen sechs Monaten schon entstanden und ich wollte mich dafür einfach recht herzlich bei dir bedanken, dass du mir so treu bist über diese kurze Zeit schon und hoffe, dass wir uns über die nächsten Monate und Jahre hoffentlich auch weiter connecten können und weiter miteinander gehen können, denn Tennis ist ja ein Lernsport, der nie aufhört. Man lernt jeden Tag dazu, jede Stunde auf dem Platz, jeder Ball, den man schlägt, ist eigentlich ein In-Progress und deswegen freue ich mich einfach darüber, wenn wir weiter zusammen den Weg gehen. Ich werde fleißig weiter zweimal die Woche Videos produzieren. Ich werde im Sommer diverse Camps anbieten, Technik-Camps, Bootcamps, so richtig geiles Zeug. Da kannst du gerne dann nach Berlin kommen. Ich habe vielleicht schon überlegt, vielleicht komme ich auch mal in deine Stadt. Mal gucken, also wenn sich was ergibt und ich Bock habe, ich Zeit habe, du Bock hast, du Zeit hast, mal gucken, was sich so ergibt. Ich bin da noch nicht festgelegt, sage ich mal, aber ich habe Lust mit den Leuten, die diesen Kanal aktiv verfolgen, auch mal face-to-face zusammenzuarbeiten und zusammen was Geiles auf die Beine zu stellen, denn ich habe einfach festgestellt, dass das, was ich gesucht habe, also Leute, die brennen, Leute mit Leidenschaft, das habe ich tatsächlich gefunden hier bei Nur die Liebe zählt und das erfüllt mich, sage ich ganz ehrlich, das erfüllt mich, das macht mir großen Spaß und ich will, Tennis ist ein analoger Sport, man ist auf dem Platz und spielt gegen jemanden und da ist es mir lieber, man trifft sich mal direkt. Also sowas werde ich auf jeden Fall machen, dass ich diverse Camps anbiete und hoffe, dass wir uns dann mal sehen. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu wünschen, nee, nicht mir zu wünschen, dir zu wünschen, dass du gesund bleibst, dass 2021 ein richtig geiles Jahr für dich wird, nicht nur im Tennis, sondern generell auch im Leben, dass man wieder ein bisschen mehr Fuß fasst, dass man mehr in die Normalität zurückkommt und dass man Freunde und Familie weiter voll im Fokus hat, denn das ist nun mal das Wichtigste im Leben, Tennis ist das Zweitwichtigste und ja, das wünsche ich dir, bleib gesund, bleib dran und wir sehen uns einfach in den nächsten Videos wieder. Bis dann, Dankeschön, Dankeschön und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, Markus von Mein Tennis Game. Vielen Dank.